Ich weiß halt auch genau, was ich falsch gemacht habe von Anfang an. Und zwar, jetzt bin ich gespannt. Ich habe entscheidende Dinge, die mir wirklich wichtig sind in der Partnerschaft an einem Partner. Ignoriert. Ignoriert. Die waren von Anfang an nicht da. Und ich habe es ignoriert und mich auf zwei, drei andere Dinge fokussiert. Okay, immerhin ist dann das gut und das ist toll. Und diese Dinge wurden aber weniger. Also hast du dich blenden lassen. Möglicherweise oder ja, oder ich habe mir sehr, schau mal, wir hatten eine wundervolle Zeit. Wir hatten aber auch wirklich, wirklich, wirklich nicht so wundervolle Zeiten. Und ich würde mal sagen, die nicht so wundervollen Zeiten, ja, ist auch egal. Ich will da auch gar nicht so viel darüber sprechen. Es geht mir einfach nur um das Grundlegende. Und zwar, dass ich zum Beispiel hier jetzt gelernt habe, es ist wichtig von Anfang an, deine Punkte zu haben. Wenn du schon weißt, das ist mir wichtig an deinem Partner, das brauche ich. Dann mach keine Abstriche.